hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Happens so, äh, waaah waren wir bei PepeX Parkers wiii Ich geh jetzt mal mit dem Körsungsbild und los geht's Schöne den Alter hat die vermutschte Halfpipe nehmen So Fahren wir mal durch den BMX Park 2 Eins wäre ja zu schlecht für uns Ja Lassen wir unseren Sohn einfach mal da liegen und fahren ohne weiter Ja, so geht's natürlich auch Aua Du lebst doch Los Mäh Alter Was ist das? Also noch einmal Auf, auf zum fröhlichen Fahren Los, los Schneller Fahr Oh, Speed Da lässt die und so Ne, Speed Los Wollte mal mit so einem unterwegs Müssen wir uns keinen neuen holen Günstig sind die wirklich nicht So Und Ja, was ist das denn für eine verkackte Scheiße Ich hoffe ich das Level jetzt nicht In der Aufnahme davor habe ich es mit Anhieb geschafft Mit Anhieb, auf Anhieb Aber die war ja schlecht, weil da kam nämlich jemand zur Tür rein Das war mies Also, schnell Hui Alter Was ist das denn für eine Scheiße? Was auch ohne Na komm Na komm Ja, hätten wir mal wieder geschafft Aber ne, ich muss dir meinen Kopf verlieren Los, fahr Happy Wheels So langsam Lässt die Motivation nach Nein, natürlich nicht Also los Los, Vater Los, Mann Los, Kind Motivier ihn doch Los, Papa Los, Papa Los, Papa Ja, ja, ja Jawohl Ja Okay Äh, fand ich vorhin eindeutig besser das Level Speed Bridge Also vorhin, als ich es mit Anhieb geschafft habe Nicht mit Mann So Meeam Hep Speed Bridge Ja, also das nenne ich nicht Speed Das nenne ich Speed Hep Los Los Das gibt's doch nicht Also nochmal Auf, Auf und Davon Meeam Meeam Hep Meeam 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 Wie so Tour de France Speed Bridge und so Nein Ach Mann Fick dich doch, du scheiß Brücke Ich wette in der Aufnahme davor hätte ich es wieder ohne Probleme geschafft Aber Lassen wir das mal auch sofort Das sieht doch gut aus Ja, sehr schön Sehr schön, sehr schön Sehr schön Perfekt Ups, hier Gas geben Mal schön den Looping, den ich nicht ganz kriege Ja, das ist ja egal Ist ja, ist es Oh, God Nee Nee, Alter Und nochmal neu Ja Juppie Das freut mich richtig Und nochmal hier runter Und Arm brechen Und weiter Und weiter Alter, was ist das für ein Scheiß Wieso schaffe ich das Level denn jetzt nicht? Na gut Eigentlich finde ich das Level ganz cool Die Idee mit der Brücke Ist schon super Die Verwirklichung ist auch nicht schlecht Also Ich hab nur die Level gemacht Keine Ahnung, was das für ein Aufwand ist So Ich fahre dann einfach mal so runter Ich glaube, das bringt mehr Das leben wir nämlich immer noch Die Looping kriegen wir auch nicht wieder ganz Das ist aber Das ist der Stick Jawohl Okay Und auf die dritte und letzte Strecke in dieser Runde Wäre es String I love String Ich hab mir gerade nur gedacht, String Naja, hm Ich weiß nicht Nehmen wir die dicke Frau, die trägt bestimmt ein String Los Ne Ich glaube, der Opa trägt eher einen Los Aber Ich hab mir auch sehr gerne den Kopf übrigens Alter, was ist das hier für ein Fahnen wir mal hier mit diesem Loren Heini Ist auf jeden Fall ein super Level Alter, was ist das für ein Fail Hau mal mit dem Weihnachtsmann Ho, ho, ho Last Story hab ich gehört Alter, Hilfe Ho, ho, ho Singen, schingen Ho, ho, ho Das Drehen kann er sich darauf auch nicht Ist natürlich blöd Äh, wisst ihr was? Ich warte jetzt einfach mal Was da wohl passiert Ho, ho, ho Ich bin der Opa, Mann Ha, ich dachte es mir Gut Am dritten Mal dachte ich mir das Oh, ein Fahrstuhl Cool gemacht Aua Ja Was ist denn das für eine Love Story? Ist doch keine Cool gemacht Ist das Muss ich wirklich sagen Mein Riss Aua Respekt You love me? No No Zauber Ich bin ja Zauber Na komm Ach, was ist das denn Ja Ja, jetzt hat sich da was bewegt Ist natürlich super Ja, ich will doch darüber fahren Es geht nur gerade nicht So Alter Mann, jetzt setz dich mal hin Ich bin kein alter Mann Aua Ja Hm Ja, da ist jetzt ein Kerl Mit einem Paket Und Schuss So eine tolle Love Story Was soll ich denn der Scheiß? Das ist doch keine Love Story So Nein Nein, 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 nein Ich glaube, wir wechseln mal zu Segway Boy Typ So, jetzt Ja Jawohl Äh, wieso Äh, okay Machen wir weiter Na los, Segway-Typ Du schaffst es Hier Ach, jetzt kommt hier wieder You love me? No Aber finde ich gut gezeichnet Auf jeden Fall Jetzt kommt hier Ich habe mir jetzt nicht zu sagen Ach nee, es kommt irgendwas Was ich nicht verstehe Hä, zurück Hä? Komisch Ähm Jetzt kommt dieser Typ mit diesem riesigen Paket Was schießt Ähm Weiter machen wir noch nicht Ist das jetzt der Sieg? I don't Gut, wie, was, nein Hilfe Oh Na dann Freedom Jawohl Ja, äh, ich war ein wenig, ähm Verwirrt, aber Bin ich ja öfters Kennt man vielleicht Ja, äh, das war dann diese Runde Happy Wheels, oder? Ja, das war diese Runde Happy Wheels Und wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn ihr Bock habt Man sieht sich Tschüss Ja, das war dann 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 Ja, das war dann